Dragora macht darauf Stein bestimmt, anders macht es für mich gar keinen Sinn. Wenn ich den Rücken mit haben, ja, wenn ich haben. Scheiße. Ja, Rückenwind auf Dragoran. Rückenwind auf Dragoran noch nie gesehen, auch cool, finde ich cool. Rückenwind auf Dragoran finde ich irgendwie cool. Aber ich verstehe den Sandsturm nicht. Wieso trifft Sandsturm... Ah, Dragoran hat irgendeine Attacke, wo Sandsturm nicht trifft. Macht der Schutzschild? Macht der irgendeine Scheiße? Er trägt diese Gläser, ne? Mhm. Das ist ein cooles Dragora, muss ich sagen. Support-Tragoran Finde ich spannend Finde ich ehrlich spannend, muss ich sagen Das mit dem Sandsturm verstehe ich nicht Drachenpfeile, wäre da Rundumschutz gut? I don't know Ich probiere es mal aus für die Wissenschaft, weil ich es nicht weiß Katapultra viel zu selten gegengespielt, ich weiß nicht was der kann Drachenpfeile, Surfer, Detail, Sachen kenne ich Ist keiner noch so Er kann Keine Ahnung, bestimmt auch irgendeine Feuerattacke I don't know Spezialer Dachens-Tragoran Aber mir klar ist wie er Schutzschild rücksicht Deswegen gehe ich auch nicht auf dich Kann sein, dass der Surfer macht Deswegen Schutzschild Drachenpfeile, okay Drachenpfeile bringt Rundumschutz nix, das ist doch gut zu wissen Gut zu wissen, Leute, merkt euch das Grundumschutz gegen Drachenpfeile geht nicht Merkt ihr euch, ne? Er hat ja nur Drachen dabei Er hat ja gefühlt nur Drachen dabei Was macht er da mit Hitzewelle oder so'n Scheiß? Oder diese Finster-Aura-Kacke Was macht er? Macht er Hitzewelle? Macht er Hitzewelle? Ich sag er geht auf Hitzewelle Ich sag er geht also auf Terrafeuer Hitzewelle Sage ich einfach mal so Kann er auch Lichtkanone? Fuck, wenn er Lichtkanone hat, dann Ripp Macht einfach nur Feuerstauern Nein, falsch Weil Skelle Fee ist, schießt er nicht auf Fee Pfeile treffen den gleichen Fähenschutzschild jetzt Okay, das heißt Rundumschutz würde funktionieren Wenn ich nicht Fee wäre Aber das Feuersturm getroffen hat Maybe Ah, ich glaub nicht Ist das sonst auch nicht so Bei anderen Attacken Bei Goldrausch zum Beispiel Ne, falsch Das ist ein falsches Beispiel Hm Er kann auch Terran, ne? Er wird doch jetzt Terran Er wird Terran, sag ich ja Auf Feuer? Ah, Feuer Ich hätte Aqua Durchstoß drücken sollen Hab mich nicht getraut Hab mich nicht getraut Mach ich nächste Runde Also dass er wieder trifft Mit scheiß Feuersturm Frage ist, mach ich Wasserdüse Oder Aqua Durchstoß Der Sandsturm legt sich das schon mal gut Ich weiß nicht, ob Wasserdüse ihn killt Deswegen gucken wir mal Gucken wir mal Und falls der Feuersturm trifft Was ich denke Mach ich mal ein Target Deep Ah, so knapp Das war klar Ah, sogar noch Volltreffer Okay Dass er wieder trifft Hat der Zielwasser gesoffen Oder was? Und dass Steinhagel auch wieder beide trifft Also ich hab nie so Glück Das nervt mich doch schon wieder Er hat dreimal Feuersturm getroffen Und zweimal Steinhagel Das würde ich nie im Leben Das könnte ich tausendmal probieren Das würde ich niemals schaffen Er trifft wieder Doppelsteinhagel Das würde Also ich könnte das niemals Wirklich Könnte ich niemals schaffen Dass er nicht nur einen Volltreffer kriegt Das alles Er trifft wieder Ich sag das heute Würde mir nie passieren Nie, nie, nie Er trifft wieder Er trifft einfach immer Er trifft einfach immer Aber auf kurz oder lang Werde ich es gewinnen Weil Er kann sich nicht heilen Also soweit ich weiß Kann sich ein Despoter nicht heilen Steinhagel Es trifft wieder Also Wer ein paar Videos von mir schon gesehen hat Oder ein paar Streams Also ich hatte noch nie so viel Glück Der Steinhagel Fünf, sechs Mal hintereinander getroffen hat Also so viel Glück Was ist das denn für ein Lacker Er trifft schon wieder Er trifft wieder Er trifft wieder mit Steinhagel Also Hat der eine Dingslinse an So eine Genauigkeitslinse Der hat noch nicht einmal gemisst Oder hat der einmal eben gemisst Ich glaub nicht Ich glaub er hat nicht einmal gemisst Ja das gibt mir einmal Überreste Dankeschön Gibt mir sogar zweimal Überreste Wenn ich jetzt Schutzschild mach Mach ich auch Safeties first Ich seh schon Komm der haut gleich Ein Lucky Volltreffer raus Oder so Dann bin ich eh tot Er trifft wieder Der muss so eine Genauigkeitslinse anhaben Er trifft wieder Er trifft wieder Das ist doch irgendwas falsch Witzig wäre wenn jetzt Lodachlied nicht treffen würde Aus irgendeinem Behindertengrund Aus irgendeinem dummen Grund Aufgegeben Toll wollte ich den letzten Tag nicht abbekommen Das war echt komisch Das war echt komisch